So, ein Foto aus meinem Loot, du Klauschwein. Ui, Medizin, oh und Splintzucker, sehr schön, wieder ein überdimensional großer Rucksack. Ja, machen wir doch noch einen Mic an dürfen. Hier liegt schon einer tot rum. Arme Seele in Not. Boah, Alter, jetzt habe ich mich aber ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, so. Ey, noch ein Grizzly. Wahnsinn. Reicht ja für zwei Leben. Ich habe auch jetzt, irgendwie aktuell spiele ich auch kein Lost Ark. Weil Lost Ark mich zu meiner alten Liebe zurückgetrieben hat, die sich Wörter Vorkräft nennt. Und da spiele ich jetzt mal Heiler. Das habe ich seit Jahren nicht, seitdem ich last Ark, äh, Quatsch. Ui, er hat Gegner gesehen. Geil, das GEF Frühwarnsystem. Da lief drüben auf der anderen Seite ein PMC. Guter Junge. Also, da ist GEF bei mir nicht. 17 Minuten. Ja, ich war es auch leid bei Lost Ark, da ewig zu warten, bis du reinkommst. Oder, dass du bei den Chaos Dunctions immer wieder aus dem Match-Suche rausfliegst. Oder aus dem, aus halt dem Ganzen, aus dem Raid, aus den Abyss Dunctions. Ja, habe ich wieder. Es ist so schön irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist von der Grafik her gerade so die Stadtgebiete. Ich habe nochmal neu angefangen. Ich hatte zwar einen Druiden schon auf den Shadowlands. Aber da mit Heileranfang ins Kalte direkt rein. In die Instanzen, die ich nicht kenne und so. Das war, das wollte ich mir nicht antun. Also habe ich nochmal einen Druiden angefangen. Komplett von vornherein. Als Wiederherstellung oder Restauration Druide. Und bin jetzt fröhlich in den Innis. Ich hoffe, der hat sich verpisst. Ja, aber es gefällt mir auch was. Was mir auch mehr gefällt ist, du bist. Die Instanzen sind halt auch schöner. Ich hab mich noch nicht in den Mögen. Ja. Ich hab mich noch nicht in den Mögen. Ich hab mich noch nicht in den Mögen. Mr. Shotgun Alter! Alter, boah, jetzt habe ich mich aber so erschrocken, dass ich auf den Mond gezielt habe. Oh, leckumio. Oh. Ich zittere. Anfangs-Zitterbacke. Junge, Junge, Junge. Huh. Lärm. Einer später. Einer später. Einer später. Auch leer. So. Oh. Vielen Dank. Mist. Kacke. Wie mache ich das am besten? Es wird nichts. Es wird einfach nichts. Gut, wir haben noch 1800. 15 Schuss. Quatsch, nein, ich wollte nur checken. Okay. 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 Das war's. nein leck mich ollie grüß dich schade man so schön auf den lud gefreut man kommt dieser arsch hinterhältig und gemein das war eine gute aufhörmrunde jetzt bin ich warm das war eine gute aufhörmrunde jetzt bin ich das war eine gute aufhörmrunde jetzt bin ich